Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac Rebirth. Beim letzten Mal haben wir es mit Cain versucht. Ist eigentlich ziemlich gut gelaufen, nur am Ende dann leider nicht mehr. Und wird mir kriegen wieder... Ah, das ist hier. Okay. Nein! Ich bin wieder Cain. Nein. Nein. Ich will nicht Cain. Aber ich zieh's durch. Yeah, jetzt kriegen wir fliegen. Nur ein halbes Herz. Ich glaub beim... beim letzten Part haben wir als erstes dieses Einhorn gekriegt. Keine Ahnung, wie ich mich jetzt treffen konnte. Okay, zwei Münzen. Schlüssel nehmen wir auf jeden Fall mit. Okay. Dignal. Okay. Dignal. Aber diesen Scheißhaufen kriegen wir kaputti. Oh, fuck. Oh, fuck. Wir haben ein großes Damage ab. What the fuck? Wir haben ein gutes Damage ab. Wie geil. Wie geil. Wir haben jetzt nur... Ich bräuchte ein Leben ab und dann wär's super. Endlich mach mir mag ich halt Damage nach... ...zig Parts. So, da haben wir wieder Scheißhaufen. Alter war das knapp drin. Ich brauche das. Ja. Wir sind ja auch frei. Oh, ich brauche das. Ich brauche das nicht. Pssst. Oh, Pumpkin. Ah, da ist's. Oh. Und das ist auch super? Yeah! Wir schießen weiter, schneller. Ne, geile Kombi. Oh, fuck, fuck. Ah, fuck. Wir hatten so ein geiles Damage ab und dann so eine Scheiße. Nein, fuck, ey. Was sei die Scheiß. Ich kenne sich ja knapp heulen, ey. Die beiden sagen, man, so eine geile Kombi. Ach, man. Ich ärgere mich jetzt voll. Okay, da ist noch ein goldener Raum. Das heißt, es wird groß. Und das heißt, wir kriegen zwei Bosse. Ah. Ich ärgere mich so. Ich kann mir auch da noch nicht mal raus, als diese Ecke. Was war hier das beschissene? Beziehungsweise kam raus, aber keine Ahnung, wo ich hin hingehen sollte. Da habe ich einmal Damage ab und dann so einen Scheiß. Mann. Ach, fuck. Ach, alter. Irgendwie ärgere ich mich gar nicht drüber, sondern ich kann nur drüber lachen. So ein Kacke, ey. Ich sache möchte, dass ich will. So ein Kacke, wie wenn ich gerade sind. Ich sage das, glaube ich, jetzt als Kacke, digo ich nicht mehr. Und ich kann mir da nachdenken. Als ich hammer muss, liegt zu verwenden. Ich n bartz Witness, bin ich klar, mit mir committees, ich bitte. vor allem war der raum auch echt fies jetzt noch mal kein monstro das ist ja alter am geraden keine ahnung wollen wir nur einmal gesprungen ist es bietet der mit ab jetzt vielleicht habe ich ja jetzt das glück und verlieren ist klar ich habe irgendwas vergessen ja da ist ein raum haben zwar jetzt nicht mehr so viele schlüssel aber egal schade vielleicht hier und ich 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 schlüssel dazu gekriegt das ist eigentlich ganz cool wird mir als karten ich bin auch ein bisschen schneller würde ich sagen ich bin so happy endlich war ein damage ab ich freu mich so ganz mal hier lang sprechen wir nur irgendwas damit wir fliegen können oder sowas oder die items ranziehen alter irgendwie läuft der ganz komisch oder manche ist irgendwie kaputt also keine ahnung So Bomben und ne tolle Bombe Also heute habe es irgendwie, weil er auch so extrem schnell ist Na dann komm her Da unten ist ein Stachel, ein Denktrang Oh Gott Ich will euch nicht berühren, nein, nein, nein Ich weiß euch nicht so nah, komm ich mach Ich nehme das mal mit Und der Rest kommt da rein Alter, jetzt bin ich schon wieder reingelaufen Ist alles nur, weil ich so schnell bin Oh mein Gott Ah, da ist ja noch ein Schlüssel Komm schon komm schon komm schon Ich hatte echt keinen Bock Speed up, sei es dann Och nö Dankeschön Ich wollte jetzt nicht unbedingt wirklich noch schneller sein als jetzt Ach Okay, zwei Bomben Münzen Wie gefällt die Geschwindigkeit irgendwie gar nicht Das ist mir einfach viel zu schnell Doppel Kommen wir nochmal ganz gut davon ich bin weg warum das er unbedingt gerade hinter mir auf so was haben wir wieder ein schlüssel dazu noch ein schlüssel manchmal den boss ja toll was den ich hasse schon stirb ich habe keinen bock wegen dir zu verlieren hier ist ab ich noch mal die range müsste noch ein bisschen erhöht werden dann wäre super und habe hier ab bräuchten wir ganz ganz dringend den kann man das haben wir auch schon hinter uns ganz langsam damit ab jetzt ganz langsam sachen auch und dort ja die wie geil 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 da habe ich schon unser hp aber es ist drauf erst mal diesen hüpfenden sagt wenn du mir mal das herz mit man glaubt bis mehr als dem vorherigen doch hier gibt es etwas so hoch 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 kommt mir ja nicht zu nah schenk es ist auch schon mal alter war das knapp hat er um die hälfte wie geil es müssen aufpassen dass sich nicht nur so anstellen dann Leipzig zu tun ich bleibe nicht die Herzkarte vergessen zwei Spinnis sind schnell weg es kommt wieder ein großer Raum oh Gott so und der kommt erst mal weg so nein was mache ich denn ich trottel ach ich muss mir die ganze Kacke in der Mitte wegspringen ich muss mir die Kacke in der Mitte wegspringen ich muss mir die Kacke in der Mitte wegspringen ich hasse diese scheiß vaginesen vor allem solche scheißräume wo man sich kaum bewegen kann danke Vogel dass sie wieder Kackvieh siegt hast schau mir mal das hetzt da oben ab wenn ich dran komme das war ein halbes Rekal so hoffentlich ist ein 10 Herz und ein schwarz ist nämlich auch gern an die Kacke in der Mitte wegspringen die Kacke in der Mitte wegspringen aber wir gehen direkt zum Boss ja genau ey da ist und ist auch mein Vogel machen du trecks scheiß au du 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 okay jetzt können wir dann auch hoffen dass wir was gutes kriegen an herzen sonst sieht's nicht so toll aus danke schön spiele jetzt nur heute ist zeigen dass mir so schön panik machen kannst so herz ist super so schade kein herz ich habe ich nie so okay wieder eine bombe bitte was gutes stimmt ja wir haben ja zwei öffnungen beziehungsweise nicht durchgehender alter spinn noch ein herz macht man da eine bombe hinderkommission gegnerhaus und eine garte an der karte der hängende mann könnten wir vielleicht irgendwann gebrauchen so 99 bomben bringt mir zwar nicht so viel ja selbst ist doch aufgemacht was gut ist und wir trotzdem noch eine ganz gute reichweite wir haben zu wenig münchen so das können wir aufspringen und haben sogar zu ihren herzen gekriegt freut mich sehr alter dann kommt nachher so nur noch der und dann haben wir es auch so mh 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 Ah shit, aber egal. Die Läftern ist du Kackflieger ey. Ich geh mal kein Risiko ein. Oh, sind fast keine Herzen. Okay, nur ein bisschen mehr Damage, dann wär's mega geil. Und ein bisschen weniger komplizierte Räume, das wär dann super. Ich solche Räume hasse mit diesen scheiß Vaginas. So, eine Münze. Und wieder ein Herz Super. Dann holen wir alles wieder zurück. Ich bin wirklich so froh, dass wir wenigstens ein bisschen Schaden machen. Ne, so wie die ganzen vorherigen Parts. So, wir dürfen nur nicht die Krütze auf dem Boden vergessen. So ein Heelenherz. Seelenherz. So. Bitte, was gut ist. Yes. Okay. Ah fucks, hab ich da nicht aufgepasst. Warum müssen die immer nur in großen Räume auftauchen? Das kann ich tausendmal hin und her latschen. Das ist ein Kackvieh. Wenigstens habe ich meine zwei Seelenherzen wieder zurück. Ach, toll. Hätte immer nix gesagt. Und, hab ich wieder mein Seelenherz zurück. Und, hab ich wieder mein Seelenherz zurück. Und, hab ich wieder mein Seelenherz zurück. Ich glaube, das Spiel wird, als wir ein bisschen gut machen. Habst du das Gefühl? Ach, fuck. Ich glaub, da oben waren wir, oder? Yes. dann gehe ich halt eben zum boss da haben wir wieder ein herz hier ist der falsche weg haben wir noch ein herz oder hier lang so ein scheiß kack und verrückt gegner ja keine ahnung kurz mal wieder dann hinterher ausstrecken geht doch sch sch ja auf das habe ich gewartet nein es war was anderes scheiße verwechselt aber egal wir können fliegen ach scheiß drauf ich gehe mal auf risiko bitte bitte lass mich gewinnen alter wie viel fliegen es hier sind ach du scheiße ach du scheiße ach du scheiße ach du scheiße heilige scheiße warum lauf ich da rein bin ich doof okay ich kann es vergessen okay ich kann es doch nicht vergessen alter alter doch super und da ist auch noch ein herz boah alter ist ja richtig spannend fuck you du scheiße schlüssel den wir nicht brauchen alter was ist denn los überall massen an gegnern das ist ja unglaublich unglaublich fuck ich bräuchte man sehen herz zuh spiel 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 zool sind wir auch hinter uns ich weiß mal den einen kaputt da das ist mir nur noch den einen Oh Kack Vielleicht klopst mich doch doch noch getroffen Alter war das knapp Gut, dass wir noch Herz auf Fahrrad haben Dann holen wir mal das ganze mit Super Hier, mein Herz ist besser Ah, da könnte was sein Da könnte was sein Ich brauche Seelenherze, Mensch Oh Ein kleines Kackehäufchen Achso, das ist ein Boss So, was macht die? Range down Das brauchen wir aber nicht Was hat er mich noch mit den letzten 5 cm getroffen, ey Ganz schön knapp So Dann nehmen wir mal Die Herze damit Drückt mir die Daumen Dass ich das schaffe mit dem Herz Vielleicht ist da noch was Gutes Leider nicht Das haben wir ihn tot Und zwar genau jetzt Amnesie brauchen wir nicht Hätten mich ja auf Ball of Steel gefreut Aber nein Oh, drei Herzen Hm Ich muss mich ja bewegen Aber es wird nichts So Beide Keine Chance. Aber wenigstens hat mir echt geile Sachen gefunden. Aber leider hat es trotzdem nicht funktioniert. Weil, komm mal, schöne Herze, habe es wieder verloren und die ganze Zeit hin und her. Wie auch immer, vielen Dank für die Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Abonnieren, Like, kommentieren, kommentieren nicht vergessen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei. Tschüss, Jigowski, tschüss und so.